In diesem kurzen Video erkläre ich euch, wie ihr ein Bild in Samsung Notes frei verschieben könnt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass nach einem Update in der Vergangenheit das Verschieben von Bildern nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Hier zum Beispiel ein Screenshot von meinem Home-Bildschirm und ich kann ihn nach unten und oben problemlos verschieben, aber nach rechts geht es nicht. Nun kann ich oben links zum Beispiel auf die Tastatur drücken und kann dann unten rechts sagen, dass es mittig oder rechts zentriert ist, aber in den meisten Fällen will man es ja doch frei bewegen. Nach ein bisschen Knobeln bin ich draufgekommen und zwar man klickt, um das gestrichelte auswählen, dass man das Bild auswählen kann mit dem Finger, auf das Bild, geht dann oben rechts auf die Punkte und bei der Option Anker in Text entfernen können wir draufklicken und dann ist das Bild nicht mehr fest verankert an der Position der Seite, sondern kann frei verschoben werden. Das war's auch schon, wenn es hilfreich war, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!